Herzlich Willkommen hier bei einem neuen Video vor dem Kanal. Da ich oft die Frage gestellt bekomme, welches Eiweiß ich überhaupt verwende, möchte ich euch nun diese Frage in diesem Video beantworten. Seit ich operiert worden bin, benutze ich das Pure Wear Eiweiß von Fit4Me. Vorab möchte ich mich bei Fit4Me für die Bereitstellung dieses Produktes bedanken und damit sponsern sie auch dieses Video. Aber nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Aber die eigentliche Frage ist, wozu benötigen wir denn Eiweiß? Also nach der Operation nehmen wir ab. Unter anderem, da wir weniger essen. Aber wenn wir weniger essen, nehmen wir auch weniger Vitamine und Eiweiß zu sich. Und Eiweiß benötigt man für den Wiederaufbau der Muskeln. Sprich, wenn wir kein Eiweiß essen, verlieren wir Muskeln. Und um das zu verhindern, müssen wir zusätzliches Eiweiß zu uns nehmen. Bei Eiweiß ist darauf zu achten, was tatsächlich drinsteckt. Und Fit4Me stellt wirklich alle Inhaltsstoffe offen dar. In einer Portion, sagen wir etwa 30 Gramm mit zusätzlich 200 Milliliter Haarmilch, befinden sich 202,4 Kalorien, 34,7 Gramm pures Eiweiß, 10,4 Gramm Kohlenhydrate und 3,1 Gramm Fett. Was ich echt klasse finde, ist, dass es das Eiweiß in drei verschiedenen Sorten gibt. Es gibt einmal das Neutrale, dann einmal mit dem Geschmack Erdbeer und einmal Geschmack Vanille. Und man kann das Eiweiß nicht nur typisch in Shakes zu sich nehmen, sondern wirklich wahnsinnig leckere Sachen daraus machen. Zum Beispiel kann man Muffins backen und das neutrale Eiweiß da reintun, dann schmeckt man es nicht so sehr. Oder man kann auch wirklich Joghurts oder Puddings daraus machen, dann passen die Geschmackssorten auch gut dazu. Also so ein Vanillepudding oder ein Erdbeerpudding oder Joghurt schmecken wirklich wahnsinnig gut mit dem Pulver. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, probiert es mal aus. Ich mag es sehr, sehr gerne in Joghurt rein zu mischen, weil es schmeckt dann richtig frisch. Und jetzt letzten Sommer habe ich das sehr, sehr häufig verwendet, da der Joghurt dann auch wirklich satt macht und man einfach das Eiweiß, was man benötigt, auch so zu sich nimmt. Also ich finde es wirklich eine klasse Sache. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker. Ein Pott Eiweiß hält etwas länger als einen Monat und ist mit 39,99 Euro auf jeden Fall preiswert. Ihr habt aber die Möglichkeit, das noch günstiger zu bekommen, indem ihr als Stammkunde bestellt. Dort habt ihr dann eine Quartalsbestellung, also drei Pots für ungefähr 102 Euro. Und wenn ihr das dann runterrechnet auf jeden Pott, dann zahlt ihr da insgesamt 34 Euro pro Pott, was wirklich nicht viel ist. Und da wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr auch was Gescheites habt. Zudem werden die Produkte von Fit4Me auch von der AOK Baden-Württemberg und von unzähligen Kliniken, die die Magenverkleidung durchführen lassen, empfohlen. Unter anderem auch von meiner Klinik, des Klinikum Bad Cannstatt in Stuttgart. So bin ich ja überhaupt erst auf die Produkte gestoßen und ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Wenn ihr jetzt aber nicht gleich so ein großes Paket bestellen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, auf der Internetseite von Fit4Me so ein Testpaket zu bestellen. Das kostet nichts und da könnt ihr in Ruhe die Tabletten testen, gucken, vertragt ihr das überhaupt, mögt ihr das. Und ja, ich verlinke euch die Internetseiten von Instagram, Facebook und natürlich die Hauptseite von Fit4Me unten in der Videobeschreibung. Auf der Hauptseite natürlich erfahrt ihr noch mehr oder da findet ihr noch mehr Informationen über die ganzen Produkte, die sie haben. Und bei Instagram und Facebook würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dort ein Like da lasst bei Fit4Me. Ihr könnt auch unter dem neuesten Bild von Fit4Me einfach mal schreiben, dass ihr durch mein Video da hingefunden habt. Würde mich einfach nur wahnsinnig interessieren, wie viele da tatsächlich hinfinden. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann lasst auch ein Abo da, kostet ja nichts. Und wenn ihr gerne weitere Produkte von Fit4Me kennenlernen wollt, dann schreibt doch bitte in die Kommentare, welches Produkt ich als nächstes vorstellen soll und dann werde ich das sehr, sehr gerne machen. Ansonsten, wie vorhin schon gesagt, alle Links von Fit4Me, aber auch von meiner Seite, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Und ja, ansonsten nochmal vielen Dank an Fit4Me, die das hier alles bereitgestellt haben und dieses Video somit gesponsert haben. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer ihr das Video schaut. Macht's gut, ciao! Bis zum nächsten Mal.